Es ist unvermeidlich, dass du einen Teil deines Geldes auf dem Girokonto behältst, um Ausgaben wie Miete, Internet, Handyverträge, Supermarkteinkäufe und auch Tankfüllungen bestreiten zu können. In den meisten Fällen liegt das Geld dort unverzinst. Es gibt aber eine Bank, die dir ein kostenloses Girokonto mit Guthabenverzinsung bietet. In diesem Video zeigen wir dir das Konto mit allen Vorteilen, aber auch den Nachteilen. Am Ende sagen wir dir, ob sich das Konto für dich lohnt und wie du es am besten nutzt, um noch mehr Zinsen zu erhalten. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Wer ist die C24 Bank? Die C24 Bank ist eine Bank aus Deutschland, die 2020 vom Vergleichsportal Check24 gegründet wurde. Sie verfügt über eine deutsche Vollbanklizenz. Die Vorteile des C24 Kontos. Vorteil Nummer 1. Keine Kontoführungsgebühren. Willst du den Smart Tarif von C24, zahlst du keine Kontoführungsgebühren. Das Konto ist bedingungslos kostenlos. Ein Mindestgeldergang ist nicht nötig. Vorteil Nummer 2. Guthabenverzinsung. Die C24 Bank bietet eine attraktive Verzinsung auf das Girokonto Guthaben. Damit erhältst du Zinsen nicht nur auf geparktes Geld auf dem Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto, sondern auch für Geld, das du für deine monatlichen Ausgaben auf dem Girokonto behalten musst. Aktuell beträgt der Zins 2% per annum. Wie hoch er ist, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link in der Beschreibung. Vorteil Nummer 3. Mastercard kostenlos. Mit dem Konto kommt eine Mastercard-Debitkarte ohne Gebühr. Du kannst sie weltweit und online einsetzen. Vorteil Nummer 4. Girokarte kostenlos erhältlich. Die Girocard ist in Deutschland nach wie vor die am meisten akzeptierte Zahlkarte. Fast alle Banken geben sie aber nur noch gegen eine Gebühr heraus. Wenn du zwei Lastschriften monatlich vom C24-Konto abbuchen lässt, bekommst du hier eine Girocard kostenlos dazu. Bestellst du die Girocard ohne dass mindestens zwei Lastschriften monatlich abgebucht werden, kostet sie 1,99 Euro im Monat. Vorteil Nummer 5. Cashback bei Kartenzahlungen. Für Kartenzahlungen mit der Mastercard werden dir mit dem kostenlosen Smartkonto 0,05% Cashback sowie bis zu 2,5% Aktionscashback bei wechselnden Aktionen gutgeschrieben. Bis zu 100 Euro Cashback pro Monat kannst du so erhalten. Vorteil Nummer 6. Kostenlos Bargeld abheben. Bis zu viermal im Monat kannst du in der Eurozone kostenlos Geld abheben, wenn du monatlich zwei Lastschriften hast. Ohne sie sind zwei Abhebungen im Monat gratis. Jede weitere kostet 2 Euro. Für Bargeldabhebungen in Ländern, die nicht den Euro aus Landeswährung haben, werden 1,75% zuzüglich 2 Euro berechnet. Sowohl die Einschränkungen in der Häufigkeit kostenloser Abhebungen und die Gebühren bei Fremdwährungen kannst du aber ganz leicht umgehen. Und zwar mit einer kostenlosen, kontounabhängigen Kreditkarte, die weltweit gebührenfreie Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen erlaubt. Sie wird ganz einfach über dein C24-Konto oder auch jedes andere Girokonto abgerechnet. Unsere Empfehlung für eine solche Karte ohne Jahresgebühr verlinken wir dir unter dem Video. Vorteil Nummer 7. Kostenlose Kartenzahlungen. Auch Kartenzahlungen sind in der Eurozone kostenlos. Für Zahlungen in anderen Währungen als dem Euro wird mit dem Smart-Konto eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,75% berechnet. Auch die Fremdwährungsgebühr lässt sich mit einer kontounabhängigen Kreditkarte vermeiden. Vorteil Nummer 8. Multibanking-App. Mit der App kannst du nicht nur das C24-Konto verwalten, sondern auch Konten bei anderen Banken. Vorteil Nummer 9. Mobiles Zahlen mit Google Pay und Apple Pay. Die C24-Mastercard kannst du mit Apple Pay und auch mit Google Pay nutzen. Mobiles Bezahlen ist kostenlos für dich. Vorteil Nummer 10. Kostenlose Unterkonten. Vier Unterkonten, sogenannte Pockets, sind beim kostenlosen Smart-Konto inklusive. Du kannst sie individuell benennen, um zum Beispiel für verschiedene Sparzwecke zu sparen. Pockets kannst du auch mit anderen C24-Bankkunden teilen, um für ein gemeinsames Ziel zu sparen. Vorteil Nummer 11. Echtzeitüberweisungen sind möglich. Mit dem C24-Konto sind Echtzeitüberweisungen möglich, im Smart-Tarif kosten sie 99 Cent je ausgehende Überweisung. Standardüberweisungen sind kostenlos. Die Nachteile vom kostenlosen C24-Konto. Neben den vielen Vorteilen gibt es natürlich auch beim kostenlosen C24-Konto Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1. Die Mastercard ist eine Debitkarte. Einige Autovermietungen und Hotels akzeptieren nur Kreditkarten. Mit Debitkarten kann es dort zu Problemen kommen. Nachteil Nummer 2. Fremdwährungsgebühren. Bei Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen in anderen Währungen als dem Euro wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,75% berechnet. Beide Nachteile kannst du mit einer kontounabhängigen Kreditkarte umgehen. Lohnt sich das Girokonto mit Zinsen? Unsere Bewertung. Das Smart-Konto der C24-Bank ist aktuell das wohl interessanteste Girokonto in Deutschland. Hier bekommst du nicht nur eine bedingungslos kostenlose Kontoführung, sondern obendrauf noch eine attraktive Verzinsung auf Guthaben, das du für deine täglichen Ausgaben brauchst. Richte am besten noch zwei Lastschriften ein, z.B. für deinen Handyvertrag und Stromvertrag oder ähnliches und du bekommst eine kostenlose Girokarte dazu. Die ist in Deutschland im Handel weiterhin die wichtigste Karte und kostet bei den meisten anderen Konten ca. 12 Euro pro Jahr. Nachteile wie die Beschränkung beim Geldabheben und die Fremdwährungsgebühren kannst du ganz einfach mit der unten verlinkten, kostenlosen, kontounabhängigen Kreditkarte umgehen. Mit ihr sind Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen weltweit kostenlos. Sämtliche Zahlungen und Abhebungen werden gesammelt und einmal im Monat von deinem C24 Konto abgebucht. So hast du schon eine der zwei Lastschriften, die du für die kostenlose Girokarte benötigst. Außerdem bleibt dein Geld dank der monatlichen Abrechnung länger auf dem Girokonto und du bekommst so mehr Zinsen. Das C24 Konto und die kostenlose Kreditkarte verlinken wir dir unter dem Video. Hast du noch Fragen zum C24 Konto? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.